Perfekt überschminkte Augenringe. Das war einmal. Mit Absicht müde und unausgeschlafen Aussehen ist jetzt erwünscht. Zumindest wenn's nach TikTok geht. Dort schminken sich immer mehr junge Frauen dunkle Schatten unter die Augen. Für den Look brauchen wir nur die passenden Lidschatten und Lippenstiftfarben. Wenn man wenig Augenschatten hat, dann nimmt man am allerbesten einen Lidschatten. Gibt es erst ein bisschen Foundation oder Creme ins Gesicht und nimmt da einen Lidschatten. Und eigentlich am allerbesten funktioniert es mit dem Finger, weil der genau die Biegung hat für diese Rille da in diesem Bereich. Oder man nimmt eben einen Pinsel, einen buschigen. Mit dem kann man da auch super diese Augenschatten einzeichnen. Wichtig ist eben auch, dass man nicht zu zweit nach unten kommt, damit das nicht nach einem blauen Fleck ausschaut, sondern dass das wirklich in diesem Bereich der Augenschatten bleibt. Das Ganze steht im Zeichen der Body-Positivity-Bewegung. Man soll seinen Körper so annehmen, wie er ist. Heute muss sich keiner mehr durch Supermodels und Photoshop-Tricks verunsichern lassen. Vor allem in den sozialen Medien sprechen sich immer mehr Menschen für Mut zum Anderssein aus. Es ist ja schon seit längerem so, dass wir auch eher im natürlicheren Make-Up-Bereich das immer mehr wird. Dass man eben natürlich ausschauen will, dass man nicht so viel überdeckt, dass die Haut auch strahlen soll und nach Haut aussehen soll. Und dazu gehören die Augenschatten genauso. Besonders von der Sarah Carsten hat man das TikTok-Video dazu gesehen und das ist eben auch viral gegangen, weil eben das so inspirierend war, dass die da eben jetzt mal gesagt hat, Augenschatten sind cool und muss man nicht immer nur wegschminken. Ich zeige euch noch eine Variante eher mit braunen Augenschatten auf der anderen Seite. Das heißt, wieder ein bisschen einen braunen Lidschatten drauf. Die einen feiern den Schminktipp, die anderen kritisieren ihn. Ja, die Welt der Kosmetik sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Heißt auch, nicht jeder Trend muss Teil unserer liebgewonnenen Morgenroutine werden. Es gibt immer wieder Trends, die da aufflammen, wo es um bestimmte Produkte geht, wo es um bestimmte Techniken eben auch geht, wie man eben gesehen hat damals das Baking, wo man sehr viel Material auftragt zum Beispiel. Manche machen es nach wie vor, aber die Masse wird das niemals so machen. Oder eben auch das Clown-Contouring, generell das intensive Contouring von manchen Personen. Weniger ist mehr, daran orientiert sich auch dieser Beauty-Trend. Praktisch also, wenn einmal keine Zeit für ein aufwändiges Make-up bleibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.